Hallo zusammen, mein Name ist Matthias von der IFA und für alle Liebhaber des Group Fitness habe ich eine besondere Ankündigung zu machen. Dieses Jahr läuft alles etwas anders. Am 19. September wären wir alle von der IFA gemeinsam in Heidelberg auf unserem großen Sommerfestival gewesen. Das kann leider so nicht stattfinden, aber wir haben uns etwas besonderes einfallen lassen. Wir machen ein IFA Facebook Live Fun Workout. Eine Handvoll Präsenter reisen nach Heidelberg und werden ein Facebook Live Event interaktiv mit euch gestalten. Ich werde auch dabei sein und eine Handvoll Kollegen. Du findest alle Infos auf der IFA.de Seite. Es wird ein Fun Workout interaktiv und der besondere Spaß dabei ist, dass wir alle Konzepte der anderen mitmachen werden. Einige von uns Präsentern werden also auch Dinge tun, die sie nicht regelmäßig normalerweise tun. So werdet ihr wahrscheinlich auch ein bisschen Spaß haben, uns dabei zu beobachten und es ist für dich eine gute Gelegenheit, vielleicht auch mal was auszuprobieren, was du noch nicht kennst oder einen neuen IFA Referenten kennenzulernen oder oder einfach nur Spaß zu haben. Teil die Nachricht, sag es weiter, ob Trainer oder Teilnehmer. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dabei bist. Interaktives Facebook Live Event kostenlos für alle. Samstag, 19. September 10 bis 12 Uhr live aus Heidelberg. Check alle Infos auf der IFA.de Seite oder auf den Social Media Kanälen der IFA, Facebook oder Instagram. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und bis dahin alles Gute, bleib gesund und tschüss.